Ja, haben Sie vielen Dank. Es ist wirklich schön hier zu sein und eine kleine Übersicht zu geben, woran wir arbeiten und warum wir an HIV forschen. Wenn ich manchmal ein bisschen stottere, liegt es nicht daran, dass das angeboren ist, sondern ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit der Sprache. Also es ist, dass ich Deutsch und Englisch dann ein bisschen verwechsel, aber dann eher aufhöre zu reden. Also entschuldigen Sie, wenn ich da manchmal Pausen einlege zwischendrin. Gut, warum forschen wir an HIV? Und da dachte ich, gebe ich erstmal einen kleinen Überblick über die Fakten. Es sind über 35 Millionen Menschen weltweit mit HIV infiziert. Das ist eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen. Es ist der größte infektiologische Killer weltweit mit Tuberkulose. 71 Prozent der HIV infizierten Menschen leben in südlichem Afrika. Es gibt Gegenden, in denen wir arbeiten, wo es schwer ist, Menschen zu finden, die nicht HIV positiv sind, sondern man muss davon ausgehen, dass jeder Mensch wie der Quasul- und Natal-Gegend HIV infiziert ist. 3,1 Millionen Menschen, Kinder sind mit HIV infiziert. Dadurch, jedes Jahr kommen ungefähr eine Viertelmillion Kinder hinzu. Etwas, was vollkommen präventativ unterbinden werden kann durch Medikamentegabe, wenn die Weltgemeinschaft in diesen Gegenden wirklich aktiv ist. Darüber hinaus ist HIV ein Bild von eigentlich, also wenn man sich überlegt, wer ist HIV infiziert weltweit? Es sind junge schwarzafrikanische Frauen, die infiziert sind. Es ist nicht das Bild, was wir hier in Europa haben oder in Amerika, wo wir denken, das ist eine homosexuelle Erkrankung. Es sind wirklich ganz junge Frauen im Alter von 12 bis 19 Jahren, die sich mit HIV infizieren. Wir schätzen, dass ungefähr 19 Millionen Menschen weltweit gar nicht wissen, dass sie HIV infiziert sind. Und bisher sind 39 Millionen an HIV verstorben. In 2013 ist es immer ein bisschen verspätet. Die Statistiken, die wir kriegen, alleine 1,5 Millionen. Nun, woher kommt HIV? Und da, glaube ich, ist auch ein großes Missverständnis da. Die erste nachgewiesene Infektion, und das funktioniert ungefähr so, dass Forscher mit umgekehrten Regenschirmen durch den Dschungel laufen und Urin und Kot von Affen auffangen. Also konnte sehr genau eben durch das in dem Gewicht in 1920 in Kinshasa nachgewiesen werden. Und wir können es mittlerweile auf einen Radius von ungefähr 200 Quadratkilometern eingrenzen, woher HIV auf den Menschen übergangen ist. Es gibt insgesamt zwei Arten von HIV. Einmal HIV-1 und HIV-2. HIV-1 wurde mindestens dreimal unabhängig von einem Schimpansen auf den Menschen übertragen. Das wahrscheinlich dadurch, dass HIV, also Schimpansen eine Delikatesse in der Gegend sind und dass beim Jagen Bisse entstanden sind oder Wunden, wahrscheinlich an Knochen sich verletzt haben und da mindestens dreimal unabhängig an den Menschen übertragen wurde. HIV-2 wurde über die Rußbandmangaben, also die Suti-Mangabys, von auch einmal mindestens auf den Menschen übertragen. Nun, wir wissen, HIV kommt aus dieser Gegend. Und 1959 gibt es wirklich gesammelte Blutproben von einer 1959 nachverstorbenen kongolesischen Frau und einem Mann, wo wir ganz genau sagen können, okay, da war HIV schon im Kongo-Becken nachweisbar. Aber 1969 hatte man HIV auch schon in den USA. Es gab also nicht diesen einen Patient Zero, für den man vielleicht aus den Geschichten oder aus dem Musical, was es darüber gibt, kennt. 1969 verstarb Robert Rayford an AIDS in St. Louis. Aber auch in Europa hatten wir 1969 einen Fall von einem Seemann in Norwegen, der 1969 an AIDS verstorben ist, zusammen mit seinen Kindern und seiner Familie. Also die ganze Familie eben an AIDS verstorben ist. Wir nehmen an, dass der Sklavenhandel HIV nach Haiti gebracht hat. Haiti war der Sklavenumschlagplatz damals für Amerika. Und dass es sich von dort eben in den 60er Jahren in den USA weiter verbreitet hat. Was ist HIV? HIV ist ein Retrovirus. Und wir erkennen es daran, dass es hier RNA-Strenge drin hat und von außen mit Envelope bespickt ist. Sehr wenig Envelope, ganz kleine Oberflächenmolekül. Weiterhin hat es hier die Reverse-Transkriptasen in dem Capsid drinnen. Und HIV präferenziell infiziert eben CD4-Helferzellen. Von den Helferzellen, nicht nur Helferzellen, sondern auch Makrophagen, aber das ist so ein bisschen umstritten in unserem Feld, inwieweit das eine Rolle spielt. Wichtig ist nur, dass der Co-Rezeptor CD4 hier mit dem GP2120, also dem Envelope-Protein von HIV, interagieren kann. Das ist jetzt der Hauptrezeptor, der vorhanden sein muss. Das bewirkt eine Konformationsänderung, wo HIV an die Zielzellen drangedrückt wird und der Co-Rezeptor CCR5 dann eben das GP41 binden kann, wodurch eben eine Fusion eingeleitet werden kann zwischen dem Virus und der Zielzelle. Also das zieht dann quasi die Zielzelle heran an die Zellmembran. Und dann kommt es eigentlich zu etwas ganz Interessantes. Es kommt zu einer Verschmelzung von der Oberfläche vom Virus mit der Zellmembran. Und es wird quasi einfach reingedrückt und diese Envelope-Noppen bleiben auf der Zelloberfläche obendrauf. Das Capsid wird aufgelöst. Da gibt es mehrere Schritte da drin, wo wir uns auch noch nicht ganz einig sind, in der Fachwelt, was passiert. Aber das Wichtige ist, dass das genomische Material reinfällt in die Zielzelle. Und dort kommt es dann zu etwas sehr Bemerkenswertes, was wir bis vor der Entdeckung von HIV noch gar nicht kannten, wo die Reverse Transkriptase die RNA nimmt und in cDNA, also in DNA oder DNS, wieder umwandelt. Früher war es immer ein Dogma DNA-RNA-TRNA. Mittlerweile geht es hier eben RNA-DNA-RNA und dann TNRNA. Es wird ein doppelsträngiger Strang der RNA, gibt es DNA gebildet. Und dann kommt das zweite Protein, was mit reingefallen ist in die Zielzelle, die Integrase, die sich diese DNA eigentlich nur schnappt und durch die Poren vom Nukleus bringt und dann sehr geschickt sich an hochaktive Stellen vom Genom quasi in das Genom einschneidet. Also das ist deswegen interessant, weil jetzt ein Stück von HIV Teil des Genoms wird in der Zielzelle. Und jetzt kann die, jetzt denkt, weiß die Zelle gar nicht, dass da was Fremdes drin ist, sondern es liest es einfach ganz normal mit den Zellenenzymen ab, mit den Polymerasen, wo dann quasi die DNA über die ribosomalen Ribosome und die THNA letztendlich in Proteine wieder umgewandelt wird. Also HIV wird zu dem Teil des Genoms von der CD4-Zelle und es werden neue Proteine dadurch gebildet. Das wird dann natürlich, da geht der ganz normale Vorgang wieder vor sich, wo dann sich neue Viren daraus bilden, weil das ist ja im Genom festgehalten und über einige Schritte, die wir noch nicht genau kennen, sich dann diese neuen Viren an der Zelloberfläche wieder bilden und ausgeworfen werden. Und dann geht der ganze Zellzyklus oder der virale Zyklus wieder von vorne los. Nun, wie ich gesagt habe, es gibt zwei verschiedene Arten von HIV. HIV1 und HIV2. Und letztendlich ist eigentlich nur HIV1 entscheidend. HIV2, das sind ungefähr 6000 infizierte Menschen in der Welt, es hat einen sehr blanderen Verlauf, also die Menschen werden nicht so krank wie bei HIV1 und es ist eher am Aussterben, das Virus. Aber bei HIV1, da gibt es mehrere große Gruppen, die Main, Outlier, Non-M und Non-O, also nicht M oder O, also N-Gruppe. In der M-Gruppe, und das ist die Hauptgruppe wieder, gibt es nochmal sehr verschiedene Subtypen oder Clates, wie wir sie nennen. Und die werden durchnummeriert von A bis K. Und letztendlich kann man sich das relativ einfach merken. A ist quasi in Asien, E ist das, womit wir in der westlichen Welt zu tun haben und C ist das afrikanische oder sehr endemisch in Afrika. Das stellt uns natürlich vor ein bisschen Probleme. Wir haben ganz viele verschiedene Arten und Subtüten von HIV und das, wenn wir zum Beispiel für die westliche Welt einen Impfstoff generieren, das überhaupt vielleicht gar nicht in Afrika oder in Asien wirken kann. Auch wenn wir in Asien einen Impfstoff jetzt haben, mag es sein, dass der für uns vollkommen wirkungslos ist. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass schon bei den Gruppen Main und Outlier wir ganz am Anfang das Problem haben, dass wir die HIV-Tests, die Outlier-Gruppen gar nicht festgestellt haben. Das ist mittlerweile anders, aber schon alleine dort von der Diagnostik zur Therapie bringt uns HIV sehr viele Probleme. Nun, warum ist es so schwer, einen Impfstoff oder eine Heilung von HIV zu erreichen? Das ist letztendlich genau das, worauf Darwins Thesen beruhen, also über den relativ großen Anteil an Evolution. Man muss sich vorstellen, dass ungefähr 10 Millionen Viren in jedem HIV-infizierten Patienten pro Tag entstehen. Bei den 10 Millionen Viren, es gibt keine Lesekorrekturfunktion der reversen Transkriptase, also das Enzym, was am Anfang aus der RNA die DNA macht. Das liest es ab und macht sehr, sehr, sehr viele Fehler. Also es entstehen sehr viele verschiedene Viren mit sehr vielen verschiedenen Fehlern drin. Die meisten sterben ab von den Viren. Aber das hat natürlich für das Virus einen wahnsinnigen Vorteil, weil es dadurch dauernd mutiert und dauernd, wenn es irgendeinen Selektionsdruck gibt, ein anderes Virus parat ist oder da ist, was diesem Selektionsdruck entgehen kann. Und darum, es gibt natürlich sehr viele Selektionsdrucker, einmal unsere Medikamente, die Antikörperantworten, die T-Zellantworten, CD4- und CD8-Zellantworten und natürlich intrazelluläre virale Proteine. 2009, da gab es sogar Berichte darüber, dass sich HIV so weit dem Genom oder dem genetischen Material angepasst hat, also dem Immunsystem so angepasst hat, dass es letztendlich so fit ist, dass das Immunsystem gar nichts mehr dagegen machen kann. Das ist mittlerweile so ein bisschen relativiert worden. Aber dadurch, dass HIV dauernd mutiert, haben wir natürlich riesige Probleme auch in den Medikamenten. Ein Medikament alleine wirkt überhaupt nicht. Es wirkt schon. Es wirkt sechs Wochen und dann verliert es die Wirkungskraft, weil HIV mutiert ist und gar nicht dagegen weiter funktionieren kann. Zwei, wir nehmen mittlerweile drei Medikamente oder vier Medikamentenklassen gleichzeitig, um HIV an so vielen verschiedenen Stellen zu blocken. Vielleicht gerade erst auch in den Nachrichten gewesen, dass das CRISPR-Cas, also ein genetisches Tool, um Genomen wieder rauszuschneiden, etwas, was vielleicht interessant sein könnte in der Heilungsforschung, HIV sogar dagegen eine Mutation entwickelt hat. Gut, das ist das erste Problem für uns in der Impfstoffforschung. Das nächste Problem ist quasi, wie groß die Sequenzdivisität ist weltweit. Wenn wir uns vorstellen, dass dieser kleine Splot hier, also dieser kleine Fleck, die Grippeepidemie in 1996 gewesen ist. Also weltweit, wie viele verschiedene Grippearten wir gefunden haben. Und wir wissen ja, wie schwer es ist, gegen Grippe einen Impfstoff zu haben, weil jedes Jahr müssen wir einfach wieder neu impfen, weil der, den wir letztes Jahr gekriegt haben, dieses Jahr nicht mehr wirkt. Und so weiter. Also wir müssen jedes Jahr neu impfen, weil einfach Grippe so unterschiedlich ist. So sah Grippe 1996 aus. Und wir messen das quasi im Unterschied von dem Strich zu dem Strich. Das ist die größte Diversität. Jetzt fragen Sie mich wahrscheinlich, warum ich so einen kleinen Fleck da nur hinmache. Genauso sieht in einem einzelnen HIV-positiven Menschen die Diversität von HIV aus. Also das Problem, was wir bei einem einzelnen Menschen haben, ist, was wir weltweit mit der Grippe haben. Also die Grippe quasi weltweit ist das gleiche Problem wie in einem einzelnen Menschen. Und wenn wir das jetzt über das, nur über Amsterdam verteilt uns, 1,690 bis 1,990 im Vergleich angucken zur Grippe, sieht man schon, wie diese Stränge auseinander gehen. Und das ist dann HIV in der Demokratischen Republik vom Kongo, wie sich, also in 1997, wie sich das im Vergleich, wie das im Vergleich zur Grippe-Epidemie aussieht. Also wir haben eine wahnsinnige Diversität, gegen die es wirklich schwer ist, anzukommen. Nun, trotz allem versuchen wir dort, Impfstoffe zu entwickeln und zu erreichen, dass man etwas präventiv geben kann, was eine Infektion verhindert. Nun, was ist ein Impfstoff? Impfstoffe sind eigentlich sehr, sehr alt. Das ist eine der letzten Fotos eines Pocken-infizierten Menschen. Pocken ist eine furchtbare Erkrankung. Und das war eines der ersten Sachen, gegen die Menschen versucht haben, einen Impfstoff zu generieren. Und erfolgreich, Pocken sind heutzutage ausgestorben. 77 war der letzte Pocken-infizierte Mensch in Afrika, nachgewiesene Mensch in Afrika. Wir versuchen schon seit Jahren, gegen Pocken zu eimpfen. Und letztendlich haben das die alten Chinesen schon vor Jahren, lange bevor wir darüber nachgedacht haben, gemacht, indem sie von einem Pocken-Infizierten, hier, das sind diese Pocken-Läsionen, sollen das darstellen, quasi den Schorf rausgenommen haben, getrocknet haben. Und das sieht man hier nicht so gut, aber da wird gerade ein kleiner Junge gegen Pocken geimpft, und eben dieser Schorf getrocknet in die Nase geblasen wird. Und diese Technik, das war ungefähr 500 nach Christus, wurde über Jahre in China praktiziert. Man hat das sogar auch nach England im 18. Jahrhundert gebracht, diese Technik. Letztendlich war es, die moderne Impfstoffversuche für uns, oder der eine moderne Impfstoff wurde, durch Edward Jenner letztendlich entwickelt. Edward Jenner hat eigentlich was ganz Furchtbares gemacht. Da wundert es mich immer wieder, warum wir ihn so hoch halten, als einen der Begründer der Impfstoffforschung. Edward Jenner hat beobachtet, dass Mägde beim Melken, wenn die häufig Kuhpockeninfektionen, Läsionen an den Händen kriegen, das ist aber nicht wirklich auf den Menschen übertragbar. Die kriegen dann vielleicht einen Schnupfen oder so, und solche Läsionen, aber die werden nicht wirklich krank. Das hat er beobachtet, und hat aber auch beobachtet, dass sie wohl dann keine Pocken mehr kriegen, also die menschlichen Pocken. Und um das zu testen, hat er dem Jungen von der Magd, hat er Kuhpocken in den Arm gekratzt und hat ihn danach mit Pocken, also der ist dann ein bisschen krank geworden und hat ihn dann ein paar Wochen später mit echten Pocken infiziert. Also etwas, was heutzutage überhaupt nicht möglich wäre, rein ethisch, aber gut, dadurch hat er eben begründet, dass man das Pathogen abgetötet oder eine veränderte Form des Pathogens, also des Erregers geben kann und es dadurch zu einer Ausheilung oder dadurch zu einem Schutz gegen die Pocken geben kann. Nun, was passiert? Letztendlich wissen wir es nicht. Wir haben zwar eine Idee, wie Impfstoffe funktionieren könnten, aber wir wissen nicht, wie wir einen erfolgreichen Impfstoff wirklich kreieren. Also was wir sagen, rational design von einem Impfstoff, klappt nicht. Alle Impfstoffe, die wir gemacht haben, bisher sind eigentlich auf diesem Prinzip, bauen auf diesem Prinzip auf, natürlich ethisch saurer. Nun aber, was wir denken, was passiert, ist, dass die dendritische Zelle das Antigen aufnimmt, zusammen mit einem Gefahrensignal. Ein Gefahrensignal muss da sein, weil ohne ein Gefahrensignal das Immunsystem ein Protein oder ein Antigen erst mal sagt, das ist nicht schädlich. Also ein Gefahrensignal kann zum Beispiel auch ein Schnitt sein oder ein Teil von einem anderen Erreger oder irgendein Aluminium wird häufig als Gefahrensignal, Aluminium-Hydroxid wird häufig in den Impfstoffen als Gefahrensignal verwendet. Nun, das bewirkt aber bei den dendritischen Zellen, dass sie eine Immunantwort auslösen und sich T- und B-Zellen quasi heranziehen. T-Zellen und B-Zellen sehr vereinfacht gehen über viele Rezeptoren und Zytokin-Signale gehen dann eine Interaktion ein, wodurch sich sowohl die CD4-Zelle als auch die B-Zelle verändert und letztendlich eine humorale Antwort kreiert. Wir nehmen an, dass dies im Lymphknoten erfolgt und dann über mehrere Schritte dann diese T- und B-Zell-Interaktion passiert. Die B-Zellen expandieren, diversifizieren und es kommt dann auch zu einer, wo die Antikörperantwort sich letztendlich immer stärker verbessert, also die Affinität des Antikörpers gegen den Erreger sich immer weiter verbessert. Es kommt dann eben zu diesem selektiven Überleben von nur den besten B-Zellen aus dem Zyklus und dieser Zyklus geht dann wieder von vorne los, bis wir wirklich eine B-Zelle haben, die so starke Antikörper macht, dass sie den Erregner vollkommen neutralisieren können. Dass das funktioniert, wissen wir, wenn wir uns die ganzen Erreger angucken, wie Masern, Keuchhusten, Mumps, Röteln, Diphterie, wie sich die Verteilung der Infektionen hier in den USA gewesen ist, jetzt im Vergleich zu 2010, also vor zehn Jahren, vor sechs Jahren, wo man wirklich toll sehen kann, dass es fast keine Fälle mehr von diesen wirklich tödlichen Erregern mehr gibt. Masern alleine nur noch 61 Fälle, Smallpox oder Diphterie, auch nur keine Fälle, Polio keine Fälle, Tetanus keine Fälle. Erreger, die wirklich tödlich sind, und wir einen Impfschutz aufgebaut haben, wo es keinen Grund mehr gibt, warum es überhaupt noch Fälle davon geben kann. Und das ist dann eher eine Diskussion über Impfgegner in dem Bereich. Nun über HIV. Was haben wir bisher versucht? Ein Impfstoff in einen Menschen zu kriegen, dauert Jahre. Wir arbeiten mittlerweile an einem Impfstoff, der wurde vor drei Jahren entwickelt, der wird hoffentlich 2020 in den ersten Arm gehen. Das ist leider der Zeitrahmen, den wir brauchen. Dafür muss es natürlich hoch sauber sein. Viele Tests auch an Tieren müssen gemacht werden, bevor das überhaupt bei einem Menschen in den Arm gehen kann. Daher gibt es nur vier Impfstoffversuche, obwohl wir HIV seit 1984 daran arbeiten. Der erste Impfstoffversuch war 2003, den wir AIDS-VAX nennen. In 2007 gab es dann den Step-Trial. Die Ergebnisse von AIDS-VAX kamen 2005. Und in 2009 gab es den AWI-144 oder TIE-Trial. Der AWI-144 baut auf AIDS-VAX auf. Und letztendlich der Step-Trial hat auch wieder Nachfolger gehabt, der eine Veränderung von dem Step-Trial von 2007 war. Also letztendlich gibt es nur zwei Impfstoffe oder größere Klassen von Impfstoffen, die versucht wurden, wo der eine dann ein bisschen abgeändert wurde. Ich gehe noch auf die einzelnen ein, darum sage ich jetzt bei dieser Übersicht noch nicht mehr zu den Impfstoffversuchen. Nun, letztendlich der erste Impfstoffversuch hat nichts gezeigt. Also es gab zwischen der Placebo-Gruppe hier gestrichelt und der Geimpften-Gruppe gab es keinen Unterschied. Und auch wenn man nach dem Risiko aufgeschlüsselt hat, Low-Risk, Medium, High-Risk, mag es sein, dass es besser aussieht hier in den Geimpften, aber es war nicht statistisch signifikant. Der Step-Trial 2007 war wirklich für alle ein Schock. Weil, das sieht man hier noch vielleicht nicht so gut, aber weil die Geimpften fast ein doppelt so hohes Risiko hatten, sich mit HIV zu infizieren, als die Nicht-Geimpften. Genau das Gegenteil, was wir erreicht haben. Und wir wussten überhaupt nicht, wieso das ist. Vor allem, weil die haben ja kein HIV gekriegt von uns, sondern die haben sich, irgendwie haben sie mehr Zielzellen für HIV gebildet. Letztendlich nehmen wir da an, dass es daran liegt, dass sie eine Präimmunität hatten gegen ein anderes Virus, wo wir einen Bestandteil von diesem Virus in den Impfstoff gesetzt haben. Also das war ein Adenovirus, ein normaler Schnupfen-Virus, der quasi als Vektor benutzt wurde für den HIV-Virus. Und wenn man das jetzt aufdröselt und sieht, dass sie eine starke Antwort gegen diesen Ad5-Adenovirus 5 hatten, eine präexistierende Antwort gegen das andere Virus, dann hatten sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich mit HIV zu infizieren. Und das sieht man bei der über 200- und über 1000-Gruppe am deutlichsten, dass sich die Leute infiziert haben, die eine hohe Immunität gegen diesen Impfstoff hatten. Letztendlich wurde der Phamilie 3, also der allerletzte, HVTN 505, der allerletzte Impfstoffversuch, der gemacht wurde, hat genau das Gleiche auch gezeigt, dass die Geimpften höhere Wahrscheinlichkeit hatten, sich mit HIV zu infizieren. als die Nicht-Geimpften. Aber was interessant war, dass das nicht der Fall bei Frauen war, sondern bei Männern. Und auch dadurch ist das natürlich für uns wahnsinnig, auch wenn es nicht erfolgreich gewesen ist, ist es für uns natürlich sehr interessant, jetzt zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen hier in der Impfantwort. Und Beschneidung zum Beispiel mag da eine große Rolle spielen. Beschneidung wurde ja gezeigt, dass es die HIV-Infektionen um 60 Prozent drücken, kann, letztendlich ist hier eben die Frage, ob der Mangel an Beschneidung quasi irgendwie bei den Männern die Zielzelle am Penis, an der Vorhaut erhöht. Aber das ist etwas, was wir noch nicht wissen. Das nächste, was für uns wirklich sehr erstaunlich gewesen ist, war der TIE-Trial, der AWI-144-Trial, weil der hat eine 30-prozentige Effektivität gezeigt. Also einer in drei Menschen war gegen HIV geimpft, das war vom US-Militär durchgeführt worden. Das Interessante ist, dass der Unterschied sich eigentlich nur in den ersten sechs bis zwölf Monaten abspielt, wo man sieht, dass hier die Placebo-Gruppe sich infiziert, während die Vakzin-Gruppe sich nicht so stark infiziert. 16.000 Teilnehmer gab es in dem Impfstoffversuch. Wenn man das sich noch mal genauer anguckt von der Vakzin-Effekt, sieht man sehr deutlich, dass es hier in den ersten sechs Monaten einen bis zu 66-prozentigen Schutz gegen HIV gegeben hat. Und es gab letztendlich dann einen Verlust der Immunantwortung und gleichzeitig einen Verlust des Schutzes. Also wir hatten in den ersten sechs Monaten eine starke Immunantwort, die sehr schnell wieder verloren gegangen ist. Und da geht es eben auch darum zu verstehen, was sind jetzt die Korrelate der Protektion, was ist es, was diesen Schutz ausmacht. Ich gehe jetzt nicht sehr in die Details davon, aber wir haben letztendlich ganz bestimmte Antikörper gefunden im Blut, die wahrscheinlich hier statistisch auch nach Multiple Comparison Correction für den Schutz verantwortlich sind. Im Vergleich gab es andere Antikörper, die eher schlecht gewesen sind. Was man hier sehr gut sehen kann, ist, dass wenn man höhere Antikörper hatte, dann war die Wahrscheinlichkeit, sich mit HIV zu infizieren, sehr viel geringer. Also wir, das war dann der erste Hinweis für uns, dass wenn man stark diese Antikörper bildet, dass man gegen HIV geschützt ist. Eine andere Analyse, die darauf gefolgt ist, war quasi, dass man gesehen hat, wenn das Virus mutiert, in denen, die sich infiziert haben, gab es häufig genau an dieser Stelle eine Mutation im Virus, was eine Infektion erlaubt hat. Wir gehen da quasi so den verschiedenen Schritten nach, warum es vielleicht einen Schutz gegeben hat, um für die nächsten Impfstoffversuche zu verstehen, was wir induzieren wollen. Die Frage ist jetzt, wie wir auch so einen hohen Impfschutz erreichen, also ein hoher Titer, also hoher Level dieser Antikörper. Ein Versuch, der jetzt gelaufen ist, was noch nicht so veröffentlicht wurde, ist, dass man, A, wie von Wirt, vor die Leute, die 16 oder 8000 Menschen, die den Impfstoff gekriegt haben, gegen die, die den Placebo gekriegt haben, dass man die nochmal impft mit dem Impfstoff, um zu sehen, ob man die Immunität erhöhen kann. Also die hatten hier in der AVI-144-Phase viermal den Impfstoff gekriegt, dann gab es sechs bis acht Jahre, wo nichts passiert ist, und dann wurden sie wieder geimpft, um zu sehen, ob wir den Impfstoff, die Immunantwort rauskriegen können und dann langfristigen Schutz induzieren können. Weil darum geht es ja, dass man die ersten sechs Monate auf mehrere Jahre ausdehnen kann. Weil in den ersten sechs Monaten hatten wir eben 60-prozentigen Schutz. Das sind die Daten dabei. Letztendlich kriegen wir eine sehr viel stärkere Immunantwort, wenn wir nochmal impfen. Aber letztendlich, wenn man hier das vergleicht, wird der Schutz, hier wissen wir noch nicht, was passiert, wird der Schutz nicht höher sein. Wir können ihn zwar wieder boosten, aber letztendlich können wir den Schutz nicht verlängern. Und das ist wirklich ein Rätsel der Immunologie für uns. wie wir Gedächtnis antworten. Wir wissen zwar, dass wir den Schutz erstellen können jetzt, aber wir wissen nicht, wie wir genau diese Gedächtnis antworten langfristig erreichen. Nun, was passiert jetzt die nächsten Jahre? Das ist schon wieder ein bisschen veraltet, muss ich zugeben, weil sich das auch immer weiter verschiebt. Letztendlich sind das diese Follow-up-Studien von dem TIE-Trial, dem AWI-144, der uns für 30% Effektivität gezeigt hat. Wenn wir dann wirklich sehen, dass wir das verlängern können, dann kann es sein, dass wir dann nochmal ein Efficacy-Trial machen, also auch mit sehr vielen Teilnehmern. Es gibt dann über die HVTN, HIV-Vaccine-Trial-Network, gibt es sehr viele Entwicklungsphasen, worauf auf diesen Impfstoff aufgebaut wird und dann in der Phase 1 getestet wird, ob wir dadurch Veränderungen des Gefahrensignals, also der Adjuvantien oder sowas, einen besseren Immunantwort erreichen können. Und letztendlich gibt es aber auch einen Research-Track, wodurch sehr viele verschiedene Bestandteile versucht wird, die Immunantworten zu modellieren und einen besseren Schutz zu erreichen. Hier in Essen werden wir an den Mensch-Studien, so nennen wir den Mensch, als Akronym dafür teilnehmen, also wo MVA als Vektor benutzt wird und versuchen das mit verschiedenen GP120 oder verschiedenen Proteinen vom HIV zu kombinieren. Da hoffen wir, dass wir 2017, 2018 hier in Essen anfangen können. Ein Problem dabei ist, das ist die Produktentwicklung. Wir können zwar die Produkte für eine Maus sehr schnell entwickeln oder für eine Ratte oder Affen, aber dass es wirklich den Reinheitsstandards entspricht, um in den Menschen zu gehen und auch getestet wurde. Das ist wirklich das Nadelöhr zurzeit in der HIV-Impfstoffentwicklung. Um das zusammenzufassen, es gab vier Impfstoffversuche und letztendlich muss man sagen, es waren eigentlich zwei mit verschiedenen Bestandteilen oder Modifikationen da drin. Der STEP oder die HVTN 505 oder Family Trial haben alle gezeigt, dass die Infektionen in den Geimpften höher waren. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir nehmen an, dass es daran liegt, dass es präexistierende Immunität gegen einen Bestandteil von dem Vakzin gegeben hat, aber letztendlich tappen wir da noch ein bisschen im Dunkeln. Überraschenderweise hat der AV144 Teilfall, wo alle damals sehr viele gesagt haben, das wird nicht funktionieren vom US-Militär, einen Sinn machen. Wir können die nun an Warten machen, aber keine Gedächtnisantworten machen. Das ist zum Beispiel beim AB0-System, das ist ein Zuckersystem. Wir können zwar Antikörper dagegen machen, aber es wird keine Gedächtnisantwort bleiben. Das ist evolutionär bedingt. Und der Letztes, was ich dazu noch sagen kann, dass sehr viele Ansätze zurzeit in der Pipeline sind und die Community da wirklich sehr zusammengerückt ist, nach den letzten Versuchen, um zu sagen, das ist wirklich nur ein Problem, was wir alle gemeinsam lösen können und kein einzelner Wissenschaftler in seinem Kämmerchen. Und ja, und damit wollte ich schließen, weil Sie irgendwie viele Fragen haben, melden Sie sich bei mir und ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte und nehme Ihnen entgegen. Danke. Herzlichen Dank. Wenn Sie etwas über die Größenordnung sagen können, wo es die Gehirksbestella bis hinwilligásisch ist. map diese Aufgabe ist sehr hilfreich. Danke. Ich bin da da den Neu responds葉 parab revving, danke für alles when Sie in Liebe bringen theory?